Kylie Jenner erwartet derzeit ihr zweites Kind. Auf Instagram hat die 24-Jährige jetzt Fotos ihrer Babyschauer-Party geteilt. Kylie Jenner, 24, wird bald zum zweiten Mal Mutter. Auf Instagram teilte die Unternehmerin jetzt mehrere Bilder ihrer luxuriösen Babyschauer-Party, die im Zeichen der Giraffe stand. Ein Foto zeigt die Unternehmerin, die bereits Mutter einer Tochter ist. Unter anderem in einem weißen Kleid vor großen hölzernen Giraffen-Statuen, Kylie Jenner, diese Farbwahl könnte Bände sprechen, weitere Aufnahmen zeigen sie mit ihrer Mutter Kris Jenner, 68, und ihrer Oma Mary Jo, 87, einen festlich gedeckten Tisch sowie diverse Baby-Geschenke von Dior und Stickereien, die die Gäste offenbar vor Ort für das Baby angefertigt haben. Auffällig, die Farbe rosa dominiert neben weiß das gesamte Arrangement, ob Töchterchen Stormy, 3, bald mit einem Schwesterchen spielen darf, war Travis Scott dabei, auch der in Ungnade gefallene Rapper Travis Scott, 30, scheint bei der Party dabei gewesen zu sein. Auf einem der Fotos ist eine hölzerne Giraffe als Tischkärtchen zu sehen, auf der sein Nachname steht. Scott und Jenner hatten sich Anfang November größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem bei seinem Astro World Festival mehrere Konzertbesucher ums Leben gekommen waren, das zweite Baby von Kylie Jenner und Travis Scott könnte bereits im Februar zur Welt kommen. Die beiden waren von 2017 bis 2019 liiert, im Februar 2018 kam Tochter Stormy zur Welt. 2020 fanden sie wieder zueinander. Im September 2021 verkündete Jenner, dass sie erneut ein Kind erwartet.